guten morgen noch mal herzlich willkommen liebe zuschauer oder auch malzeit bei nachschauen für den frühaufsteher ich grüße hier aber zum gfd live trading tv am mittwoch 1 vor 5 24 juni 24 juni und wir wollen natürlich auf den dachs schauen der sich hier so ein stück weit eine verschnaufpause gönnt nach der starken erholungsbewegung nach dem starken erholungsimpuls und wir reden ja hier dann doch schon über mehr als 700 punkte seit der letzten woche kann sich der dachs doch auch ruhig mal eine pause gönnen und das ist heute wie gesagt eine anzunehmende variante dass wir hier jetzt in anführungszeichen seitwärts laufen und wir wollen uns mal hier den stunden chart anschauen zunächst kurz noch eine statistik zum dachs am mittwoch 52 prozent positiver schlusspreise durchschnittliche volatilität alles als im rahmen augenmerken das werden wir morgen noch mal besonders betrachten donnerstag mit einer starken performance freitag wieder das ganze gegenteil also grundsätzlich hier sicherlich nicht mal uninteressant was noch passieren könnte aber heute so ein stück weit tau ziehen und nachdem uns ja gestern hier über dem level von 11.520 punkten etabliert haben war auch die annahme dass wir ein stück weiter uns hochschrauben können knapp über 11.600 war dann aber schluss der markt setzt im nachmittagsverlauf zurück und sie sehen seither läuft der markt seitwärts es ist dennoch anzunehmen dass wir noch nicht das tagestief gesehen haben der dax scheint mir hier viel mehr das potenzial aufzuweisen hier diese trendlinie noch mal ein stück weit tiefer sacken zu können in richtung 11.400 um dann wieder aufzudrehen das wäre das präferierte szenario für leichten support oder vielleicht ein halt kann man auch hier wenngleich das von der zeitzone her etwas beschränkt scheint wir gehen mal hier drauf das waren ja abendliche nachtkurse vom 22.6 die hier so eine leichte unterstützung aufweisen us-handel als signifikante unterstützung möchte ich das nicht bezeichnen aber es ist zumindest eine in dem kontext dieser unteren aufwärts trendlinie eine möglichkeit wo der dax hier ein halt finden könnte sofern er weiter zurücksetzen das wie gesagt ist durchaus die präferierte annahme leichte schwäche nicht auszuschließen gehen wir allerdings unter 11.400 zurück dann muss man hier noch mal kräftige abgaben in richtung 11.230 rund erwarten das wäre dann das ausgedehnte szenario was jetzt hier noch nicht die bären irgendwo hervor lockt im großartigen sondern einfach nur hier eine größere verschnaufpause darstellt aber rein vom technischen ansatz her wäre hier bei 11.430 punkten im prinzip für heute der genüge getan der korrekturbewegung wir sehen auch gleich warum wir schauen nämlich gleich noch mal auf dem metatrader 4 chart also das level 11.430 11.440 bietet sich als gute unterstützungszone an damit der dax dann hier weiter aufdrehen kann kurzfristig kann man hier natürlich einen abwärtstrend skizzieren der solange nicht überwunden wird der dax eigentlich generell hier im konsolidierungsmodus verbleiben dürfte aber die aussichten wie gesagt dass der dax hier in welt weiter anzieht sind mal nicht schlecht wir haben ja schließlich und das wünschen wir mal kurz auf den tagesschart ein ausbruch aus dem großen abwärtstrend kanal vollzogen und heute sehen wir hier nichts anderes als ein pullback und wenn wir hier in richtung 4.000 11.430 eben ziehen dann machen wir genau das was hier die annahme war dass wir eben hier ein stück weit zurücksetzen und pullback vollziehen also deutlich unter 11.400 punkte kann ich mir nicht vorstellen dass es geht aber von diesem niveau ausgehend hat der dax dann wieder gute chancen insofern die bullen auch tatsächlich eben die chance nutzen hier wieder aufzudrehen aber das sieht meines erachtens ganz gut aus dass der dax hier realistische chancen hat das zu vollziehen das level 11.350 11.400 punkte bleibt also hier eine interessante zone jetzt im sinne eines pullbacks nicht widerstand wie dies ja am 11.06 der fall war sondern mit dem ausbruch von vorgestern eben hier ganz klar jetzt eine unterstützung die hier den dax weiter antreiben dürfte rein von der saisonalität her haben wir hier einen relativ rangigen markt zu erwarten mit blick auf die 40 handelstage der zukunft im blick oder rückblickend auf die letzten 15 jahre praktisch eine seitwärtsbewegung hier beim dax also großartige impulse rein saisonal nicht zu erwarten aber rein technisch sieht das schon gut aus wenn wir hier diesen ausbruch eben manifestieren können dann spricht viel dafür dass der dax doch nochmal richtung 12.000 punkte und möglicherweise mehr anzieht das wie gesagt hier kurz zur dax dax beschau an dieser stelle jetzt schauen wir nochmal kurz auf den metatrader chart um hier praktisch die horizontalebene nochmal abzugrasen und da will ich nochmal auf links die 24 stunden indikation rechts etc dax wir schauen hier auf das level des vortagestiefs hier haben wir auch einen support punkt 2 11438 11449 hier die zone erscheint mir halt durchaus interessant der dax bislang eben rund 97 punkte gelaufen das ist relativ wenig das heißt wir haben hier eine durchschnittliche range von knapp 250 punkte das heißt ja man muss hier durchaus noch mit einem move von 150 punkten rechnen man kann diesen move einkalkulieren aber wenn es eben ein range day wird ein seitwärtstag dann ist es auch nicht verkehrt dass wir hier so zwischen 11.450 11430 und eben den heutigen tageshochs der morgensession unterhalb von 11.600 punkten so ein stück weit verweilen klar wäre wenn wir unter 11.400 gehen dann müsste man mit 11.335 rein statistisch rechnen von der range her und wenn wir jetzt hier keine neuen tiefs machen und nach oben aufdrehen neues tageshoch dann könnten hier niveaus oberhalb von 11.600 punkten das vortageshoch das wäre dann hier auch ein startschuss in richtung 11.745 punkte sofern es eben einen ausbruch nach oben gibt kann man ja nie ausschließen deswegen möchte ich es an dieser stelle in sachen key levels erwähnen ausbruch neues tageshoch verspricht potenzial bis zum vortageshoch und darüber 11.745 punkten oder aber wenn wir uns hier bei 11.430 35 und 11.440 nicht stabilisieren dann sollte man durchaus damit rechnen dass wir hier in richtung 11.300 punkte durchsacken all dies wäre aber wie gesagt im großen kontext noch nicht wirklich bärisch zu sehen selbst dann im bereich 1230 wäre das auf tagesbasis ein tiefes eintauchen aber ich kann es mir so recht nicht vorstellen unter umständen machte dax sogar noch nicht mal so tiefen move sondern stabilisiert sich hier schon im bereich 11.500 11.520 dann gilt es eben darauf zu achten was passiert wenn wir das tageshoch das aktuelle hier aus der 9 uhr session wenn wir das rausnehmen dann sollte man aufpassen dann kann es nämlich ergo schon schneller als erwartet nach oben gehen also die aussichten bleiben eigentlich positiv aber heute würde ich nicht zu viel erwarten wir haben hier von der news seite ja das bippt zum ersten quartal endgültig also sind auch schon vor abschätzungen bekannt mehr ist hier konjunktureller seite eigentlich nicht zu erwarten also das bleibt dahingehend relativ entspannt und so weit ist die marktlage technisch zu sehen und hier spielt die musik sozusagen in einer seitwärts range nach der jüngsten rallye das wäre mal meine annahme wir werden uns das zum mittag noch mal angucken schräg stellen frühen nachmittag dann die us-märkte oder noch mal zwischenschalten wenn sich was interessantes ergibt ich sag erstmal danke fürs dabei sein liebe zuschauer wenn sie mögen später hören wir uns wieder bis dahin viel erfolg und eine gute mahlzeit ihr christian kämmerer